Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Clash Royale Und ja, heute wollen wir mal sehen, ich habe den Tornado im Shop, der ist heute online gekommen Aber ich will mir ihn nicht kaufen, ich spare mein Geld lieber auf eine... Ähm, wie heißt sie nochmal, ähm, auf einen Legendary Chest Ähm, ja, wir machen mal einen Kampf Mal sehen, wie es geht Ein Level 7, na? So, uh, hoffentlich hat er nicht den Tornados Dann setzen wir mal, ja, hab ich schon gesehen Und, wenn er jetzt nichts dagegen setzt, dann haben wir den Tornado, ja Gut, dann die Valkyrie, die kam gut Wir setzen jetzt hier noch die Kobolde Gut, der Putz war nicht so gut von ihm Mein Torn hat noch 500 Life Also 522 Ich bin hier gar nicht immer so genau So, du setzt Oh Was, der Minipäcker? Nein Beide Türme sind fast da Setzen wir mal den Prinz Aber wir haben halt den Kronenturm Ähm, den Hauptturm sehr, sehr viel Damage gemacht Wow Der Schweinereiter noch einmal in Da könnte der Kampf von gewonnen sein Hm Einen Schlag Ja Direkt drei Kronen geschafft So, das war gut Eine Silbertruhe Die essen wir mal dann direkt Oh, wir machen dann direkt mal noch einen Kampf Weil dann können wir noch gerade die Kronentruhe öffnen Und, ja Ich setze mal Ich warte mal, bis Was er setzt Warte, ich setze mal den Alexiosammler Mal sehen Hm Er setzt anscheinend nichts Oh doch Er setzt er dran Oh, der Angriff aber nicht so gut Da hab ich noch einen besseren Also wenn er jetzt Pfeiler hat Okay, Babypfeiler geht auch nicht Also setzt er auf der anderen Seite noch den Schweinereiter Dann müsste der auch gut durchkommen Und, ja, der Babypfeiler müsste schnell geholt werden Ja Gut, den linken Turm haben wir schon fast So, dann mal sehen Wir hätten hier mal noch die Valkyre Ja, wir hätten hier mal noch Kobolde Uh Ich hatte schon gedacht, dass Die andere Valkyre noch einen Schlag hinbekommt Und der Sepp kam noch gut Ja, die können wir noch abwehren Oh So Dann Die Schlagheim wollen mal wieder Das dürfte eigentlich so klar gehen Wenn er jetzt keinen Pfeiler hat, dann Ja, er hat keinen Okay, er hat noch nicht mal den Knall Oder gar keinen Zauber Also ich empfehle euch immer ein Deck mit Pfeile Oder Feuerball Irgendwas so, weil wenn die Lakaien hordet Kommt dann Ja Dann geht der Turm schneller Down Als Ob ihr Ah, sagen könnt Ja Ach, nein 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 Oh, mir hätte ich mal das Mein Turm down Ach, dieser Türe macht das aber Ich meine, den anderen Turm ist natürlich down Aber wir haben beide Türmen Dann müsst ihr auch gehen Noch besser Dann sitzt sie weg Also die Grundruhe haben wir auf jeden Fall Das ist uns sicher Ja Müssen wir schnell schaffen Dann setzen wir mal hier noch Den Markt Ja Oh, Gold, Gold Ne, ne Nein, 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 nein Wenn der mich jetzt noch down bekommt Dann geht's aber um Was? Was? Noch einen Schlag Noch einen Schlag hätte er gebraucht Nein Nein